Kleine Geschichte vom Wochenende. Moin, was geht? Ja, was passiert diese Woche? Der Typ, der mich bei der letzten kleinen Geschichte entführt hat, spielt in einer Band, beziehungsweise in einer Pop-Punk-Coverband, und die wollten Videos drehen. Das haben wir dann auch getan, in Hannover, und das ist die Geschichte dazu. Beziehungsweise leitet dich mein Samstagmorgen ich in diese Geschichte, denn der Tag begann gleich mit einem Problem. Natürlich. Samstag... Moment. 7.57 Uhr. Also ein okayer Morgen, das Wetter könnte besser sein. In ungefähr 2,5 Stunden werde ich abgeholt, und dann fahre ich nach Hannover, und dann mache ich Videos. Das heißt, alles ist eigentlich sehr entspannt, und ich hätte sehr, sehr viel Zeit noch. Und eigentlich wollte ich ganz in Ruhe mit Oma frühstücken. Ganz entspannt ist heute leider nicht. So, was passiert jetzt hier heute Morgen eigentlich um 8.30 Uhr in der Früh? Ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte letztens einen Traum. War super weird. Mit Mathis und ich wollten irgendwie in Urlaub fliegen, und dann sind da ganz, 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 ganz seltsame Dinge passiert. Aber das Ende vom Lied war, äh, wir sind nicht in Urlaub gekommen, weil der Pilot umgedreht ist und in Hamburg notgelandet ist. Aber nicht in Hamburg auf dem Flughafen, nein. In Hamburg vor irgendeinem Supermarkt. Und dann saßen wir alle da in diesem Flugzeug, der Typ ist ausgestiegen, in den Supermarkt gegangen, und dann hat sich besoffen. Weil er sauer war. Und er meinte halt, ja, wenn ich besoffen bin, können wir nicht mehr weiterfliegen. Also, jetzt sind wir hier. Und dann habe ich mich richtig aufgeregt im Traum, weil ich dachte so, Alter, das kann doch nicht sein. Ich will in Urlaub. Jetzt besäuft er sich hier. Und dann habe ich dieses Flugzeug da in irgendeiner Straße in Hamburg stehen sehen. Ich habe keine Ahnung, wie das da reinpasst. In meinem Traum hat es gepasst. Naja, auf jeden Fall habe ich das da gesehen und dann dachte ich mir, Moment mal, das ist die kleine Geschichte vom Wochenende. Ich meine, wie random ist es, dass ich jetzt hier in Hamburg vor einem Supermarkt mit einem Flugzeug stehe und der Pilot sich besäuft. Dann habe ich mein Handy rausgeholt und ein bisschen angefangen zu filmen, weil meine Kamera nicht da war. Nein, dann bin ich aufgewacht. Warum erzähle ich das jetzt? Ich wollte eigentlich mir so einen richtig entspannten Morgen machen. Die letzte Zeit war wirklich stressig. Also wirklich stressig. Aber ich muss heute Nachmittag filmen und ich habe meine Lichter in Göttingen vergessen. Und jetzt muss ich nochmal nach Göttingen. Eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Und das hat mich richtig aufgeregt. Aber wenn man das mal wieder so denkt, dann habe ich, guck mal, ich habe jetzt hier wahrscheinlich so ein, zwei Minuten wieder mehr zu erzählen. Das ist auch mal was. Also von daher, auf geht's, ab geht's. So, und jetzt wieder zurück. Das war doch super. Klasse war das. So, was passiert jetzt hier heute eigentlich? Das jetzt ziehe ich dir gleich im Auto. Mein Kumpel ist zu spät und es ist arschkalt hier draußen. Ich habe keinen Bock mehr länger hier draußen zu warten. Naja. Gott, es ist kalt. Ja, vielleicht habe ich auch nicht die richtige Jacke an. Da stimme ich zu. Aber mich war es leid, meine abgeranzte Winterjacke zu tragen. Naja. So, alles klar. Wir sitzen jetzt im Auto. Und dann kann ich jetzt ja mal kurz erzählen. Also, die Jungs machen Pop-Punk-Cover von verschiedenen Liedern. Sowas habe ich schon immer gefeiert. Ich finde auch, Pop-Punk sollte auch mal wieder mehr gehört werden. Und darum habe ich mich natürlich sehr gefreut, als ich gefragt wurde, ob ich Videos drehen will. Ja, er sollte nach Hannover gehen. Über dem Kapitol ist ein Foto-Videostudio. Und das kann man mieten. Und das haben wir auch getan. Dort angekommen, mussten wir uns dann erstmal für den Hintergrund entscheiden. Henni hat dann für ein paar Testaufnahmen posiert. Also, ich könnte es euch empfehlen. Oh, Entschuldigung. Beschissen wir auf. Vorher beschissen wir auf. Entschieden haben wir uns dann für schwarz. Und es wurde zunächst aufgebaut. Ich habe das natürlich aus sicherer Entfernung beobachtet. Spaß. Ihr habt dann auch mitgeholfen. Und es wurden Fotos gemacht. Original, ein einziges brauchbares Bild ist dabei entstanden. Du hast halt nicht so schöne Vans angeht hier. Wir können beide so bezahlen. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ihr habt nicht gesehen, was er gemacht hat, ne? Marcel? Nee, eigentlich. Oh, Echsen. Cool, cool. Alles mal rein. Rann. Jungs, komm. Ich bin wieder nach Hause. Naja, es sollte ja auch hauptsächlich um Videos gehen. Speziell Videos für TikTok und Reels. Und weil ich natürlich ein Profi bin, habe ich mich vorbereitet und habe herausgefunden, dass Hochkant-Videos auf einem Gimbal wohl am besten mit so einem L-Winkel funktionieren. Da kannst du dann hier deine Kamera dran machen, nimmst dir deinen Gimbal, machst das dann da so drauf und dann ist die Kamera hochkant und guckt nach vorne. In der Theorie. In der Praxis ist mein Objektiv aber leider zu schwer. Und naja, weil ich ein Problem mit der Post und Zurückschicken habe und irgendwie es hasse, mich um Dinge zu kümmern, habe ich das jetzt halt noch. Werde ich bestimmt super oft benutzen. Klasse. Naja, aber zum Glück reicht Full HD für TikTok und Reels vollkommen aus. Und wer mitgerechnet hat, weiß jetzt, das kann man dann auch in Quer- und in 4K filmen und dann schneidet man das einfach raus. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Und alter Finde, wenn ich diese Videos da sehe, ich muss echt an meiner Haltung arbeiten. Bisschen weniger Haare und ich könnte echt irgendwie so als Gollum durchgehen. Ich komme auch tatsächlich, wenn ich mich runterbücke, nicht weiter runter als so. Wie gesagt, das mit der Haltung, das muss ich nochmal üben. Naja. So, auf jeden Fall haben wir dann da erstmal Kim gefilmt, anschließend war Henni dran und immer wenn ich mich konzentriere, rieche ich an meiner Hand. Bisschen weird, aber witzigerweise hat eine Freundin sich das von mir abgeguckt und macht das jetzt auch. Und dann kam Marcel. Den kennst du vielleicht noch aus dem Drumcover. Konnten wir zwei dann anfangen zu filmen. Henni und Kim hatten währenddessen eine andere Mission. 1.06 ist unsere Bestellung. 4.000 Cheeseburger, 1.000 ohne Gurke, 2.000 Pommes, 1.000 mit Mayo, 1.000 mit Cheese. Okay, wo drehen wir gerade ein Musikvideo? Wir drehen gerade ein Musikvideo in Hannover, im Kapitol. Okay, zeig mal wo. Oh, siebte Stock. Geil. 100. Ach was. Na, guck mal. Oh, ist gar nicht voll. 100. Guck. Ja, geil. Ja, Fun Fact. Hochkant wirken diese Videos gar nicht. Die haben wir gar nicht benutzt am Ende. Und daher auch nochmal aus persönlicher Sache. Du bist zwar schon hier und machst das jetzt gerade, aber guck doch mal mehr Querformat-Videos. Also man kann das Handy doch auch einfach so drehen, nur weil das jetzt so hochkant gebaut wurde. So, ja, das ist fürs Halten super. Aber Filme sind nicht ohne Grund im Querformat. Make video horizontal again. Nicht ohne Grund ausverkauft. Ja, aber muss ja leider heutzutage mit der Massen mitgehen. Und trotz des Formats sind die Videos ganz cool geworden. Verlinke ich dir dann hier unten, wenn sie veröffentlicht werden. Es lohnt sich auch immer mal wieder, in den Community-Tab hier auf meinem Kanal reinzuschauen. Da findest du immer so ein paar Infos wie diese hier. Am besten schaltest du auch die Benachrichtigung ein, dann verpasst du nichts. Ja, am Ende sind wir dann wieder nach Hause gefahren und das war's dann auch mit dem Tag. Ende. Ja, das war's dann jetzt auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, hier unter dem Video findest du so Buttons. Kannst mal auf Like drücken. Und wenn du es noch nicht getan hast, solltest du auf jeden Fall abonnieren. Du solltest auch deinen Freunden davon erzählen. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin noch einen schönen Abend und bis dann. Tschüss. Moin. Wenn du Bock hast, hier kannst du abonnieren. Da findest du das letzte Video. Da bin ich geskatet, wurde entführt und hab ein Musikvideo gedreht. Und hier findest du eine Playlist mit allen kleinen Geschichten vom Wochenende, die es bisher gibt. Also jetzt mal irgendwo draufklicken. Auf jeden Fall abonnieren nicht vergessen. Weiter sagen nicht vergessen. Und bis dahin. Tschüss.